Wie findet ihr diesen Spieler? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Euer Cast Arena Team Caner Erkin, der erfahrene Linksverteidiger, der in seiner Karriere für die drei größten türkischen Vereine gespielt hat, hat in einem aktuellen Interview mit dem Journalisten Jandas Tolga-Ushak einige bemerkenswerte Einblicke in seine Vergangenheit gewährt. Erkin, der derzeit für den Trendyol Erstligisten Ejupspor spielt, äußerte sich insbesondere zu seinem Verhältnis zu Trainer Vitor Pereira und machte dabei einige überraschende Geständnisse. Ejupspor, der Verein, für den Caner Erkin spielt, führt derzeit die Trendyol Erste Liga mit 49 Punkten an und hat einen komfortablen Vorsprung von sieben Punkten auf den zweitplatzierten Göstepe. Der Verein aus Istanbul gilt als Tab-Favorit auf den Titel. Erkin, der im vergangenen Sommer von Basakşer zu Ejupspor wechselte, erzielt in der laufenden Saison in 19 Spielen 5 Tore und 6 Vorlagen, was insgesamt 11 direkten Torbereiligungen entspricht. Insgesamt hat Erkin in seiner Zeit bei den großen Istanbuler Vereinen in 402 Spielen 25 Tore erzielt und 101 Vorlagen gegeben. In seinem Interview mit Ushak öffnete er das Buch über seine Zeit bei Fenerbahce, seine Konflikte mit Trainer Vitor Pereira und seine unglückliche Trennung von Besiktas. Erkin betonte, dass er bei Besiktas bleiben wollte, aber das Gefühl hatte, dass zwischen ihm und dem damaligen Trainer Sergen Yeltsin etwas Unnötiges vor sich ging. Er erzählte von einem Gespräch mit dem Präsidenten Ahmed Nurcebi, der ihm nahelegte, den Verein zu verlassen, ohne explizite Gründe zu nennen. Erkin interpretierte dies als Zeichen, dass Yeltsin in der nächsten Saison nicht mehr mit ihm planen würde. Besonders aufschlussreich waren Erkins Aufführungen über seine Auseinandersetzung mit Vitor Pereira während seiner Zeit bei Fenerbahce. Er beschrieb, wie er aus dem Kader ausgeschlossen wurde, als Pereira die Mannschaft trainierte und wie er darauf reagierte. Erkin gab zu, Pereira angegriffen zu haben, weil er sich ungerecht behandelt fühlte, betonte aber, dass er persönlich nichts gegen den Trainer habe. Als ihm der Präsident von Fenerbahce, Ali Koc, mitteilte, dass Pereira zurückkehren würde, nahm Erkin dies mit Tumor, da er bereits eine konfliktreiche Vergangenheit mit Pereira hatte. Diese Enthüllungen werfen ein Schlagflösch auf die internen Spannungen und Konflikte, die sich oft hinter den Kulissen des Profifußballs abspielen. Erkins Erfahrungen bei den großen türkischen Vereinen zeigen die Komplexität der Beziehungen zwischen Spielern und Trainern und die manchmal unbeabsichtigten Entscheidungen, die die Karriere von Profisportlern beeinflussen können. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Gestaltnisse auf die öffentliche Wahrnehmung von Caner Erkin und den genannten Persönlichkeiten auswirken werden. Wie findet ihr diesen Spieler? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.